Radio DARC This is Radio DARC with our weekly Technics magazine on shortwave, FM, and per web stream. The ARC Radio, your favorite station. Radio DARC Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Radio DARC Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Radio DARC Wie jede Woche an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC. Radio DARC In unserem Technikmagazin für DXer und Kurzweilenfreunde erfahren Sie wie immer jede Menge spannende Informationen aus der Funkwelt. Die heutige Sendung trägt die Nummer 265. Ich bin Cody Theron und werde Sie wie immer durch die heutige Sendung führen. Funkamateure machen manchmal recht melzames...